Also, wenn ich meine Finanzhilfe brauche, setzt sie mich auf dem Fuß in der Tone, hast du mal einen Euro. Aber im Moment ist das ja auch scheiße, weil wegen der Corona-Krise alles geschlossen ist und keiner mehr rumläuft. Also, lieber Staat, hast du mal einen Euro? Gott, band die Kerstoffgeist!